Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter. Mary hat schon verraten, hier wird es echt nervig für uns. Mal sehen. Nein. Und los geht's, würde ich sagen. Sie hat speziell hier auf diesen Text verwiesen. Wißt du Bescheid? Freudere natürlich jetzt YouTube nicht und werde da nicht nochmal hingucken. Ja, ich auch nicht. Ich werde da auch nicht nochmal hingucken. Ja, geil. Da und da. Wir gehen dann einfach. Mach die Tür auf. Ach, Jopee, lass die Tür. So, wir sollten vielleicht nicht ausmachen. Oh, ist ja brandmutig, das ist vergessen. Ja, das sollte natürlich sparen, ne? Also wurscht. Ja, egal. Auf der Straße kommen wir nicht. Yay, wir gehen jetzt einfach alle in Nahkampf. Challenge. Melee-Runde. Challenge. Melee-Runde. Challenge style. Melee-Runde. Und wenn das sonst bitter kommt, dann haben wir jetzt verkackt. Oder ist das Smoker. Ja, es gibt sogar Achievements für, wenn du sowas mit ner Melee-Wache kriegst. Alter. Oh, da kommen ein paar. Egal. Aber wenn so viele Zombies da sind, das Nahkampf sowieso besser, muss man sagen. Tatsächlich ja. Äh, äh, äh. Oh, Alter. Achievements bekommen, kopflos. Geil. Ich geh hier hinten raus, nur so nebenbei. Na, ich komm mit. Geh mal, geh mal, geh mal. Ah, da kommen noch ein paar mit. Boah, traurig mal so Tier, man. Das ist durchgeschnitten wie Buddha. Ja, normal. Buddha. Oh. Das ist nicht witzig, echt nicht. Ich find's witzig, haha. Der liegt noch ein Schmerz, der hier ist in der Fall. Ja. Hops, mach ich. Dann hau ich's mir kurz rein und nehm's mit. Oh ja, kannst du mitnehmen. Gut. Achso, wer hat den Nahkampf zusammen. Ich hoffe, die pass bitte auf. Könnte was passieren. Ich hör weinen. Aber hier oben ist was. Nein, ich bin runtergefallen. Ah, mein Bein. Ich bin. Oh, wei, oh, wei. Die heult ganz schön. Ja, ich hab den Sprung geschafft. Chubis Bein hat wieder runtergefallen. Movement ist nicht so seine Stärke wie Schein. Aber man kann sich hier schön runterschieben. Ja, ich schiebe. Ja, ich schiebe. Ja, Jenny, ja, 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 ja. Das ist ja typisch, dass er das austest. Jaja, der will mich wieder durch die Gegend schubsen. Immer ich. Ne, ich hab Schmerzmittel. Ich hab auch. Deswegen sind wir hier raufgekommen. Du hast uns hierher gebracht. Du bist choice. Aua! Sorry, sorry. Aber wir kommen ja hier wieder runter. Ist ne Raumbombe. Hier ist irgendwo ein Jockey. Ach, sind wir wieder da, wo wir angefangen haben? Ja, das hat sich ja gut gelohnt. Wunderbar. Ich geh doch mal hier lang. Hinter mir ne Horde. Geh doch nicht mehr hoch. Das hier ne Horde? Thomas, komm mal schnell. Ja, ja, ja. Warte, wir stehen bereit. Na, Kopf. Mary! Entschuldigung! Ich hab meine Nase. Komm rein hier! Mary! Lady, kommen Sie mal! Ja, Entschuldigung! Ich muss nicht mit der Zaum ist krochen hier. Ich will doch nackern. Sehr gut, okay. Geh also das. Aua! 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 grün zu grünen dann müssen wir noch scheiß parat fahne ja da haben wir die ersten bitte erwischt sie danke ist dort weil auch die nächste mit kann jemand anderes schießen du siehst einfach zum anschießen aus hier sind noch mehr pillen alter das geräusch ist geil wenn wir drin ist der regenpasse also mehr kann man hier rein schon bei all will jemand die pillen wie sieht es aus ja mal wenigstens noch ja 48 ja geil die nächste muss hier die mary kommen da rein ja ich weiß nicht wo wir hin müssen hat auf mich anzuschießen der spoiler ist kein spoiler mehr wir werden hier ein paar die 23 hinein leichte horde von hinten bei der wahl da oben steht eine rampe macht die rampe auf mir nicht rein hat das gerade gehört da ist was zwischen schuppi und mary alles natürlich hat mich gehört du hast du hast zu marys charakter gesagt ich dachte da wer was zwischen uns das schiebt mich dann geil jenny let's go jenny that's the spirit ich hab nur noch zwei dreißig alles klar schießt jenny weg ich bin da für dich jenny alles gut irgendwas anderes boomt hier noch rum das ist ein boomer irgendwo hier hinten ist noch helft geht und eine bombe ich habe den boomer getötet die rennen in die bombe jetzt richtig ja auch von rechts und schade macht die tür zu sein die lebt noch dass das ist tot das reingehen können die tue ich dachte über toten sonst hätte ich ja irgendwas gemacht ich habe mich mal hier wirklich in jedem pixel an profi spiel medikets medikets ich habe es mitgenommen okay willkommen auf ich habe es mitgenommen ich habe es mitgenommen ich habe es mitgenommen willkommen ja weil es doch your movement ist ach so aber ernst ach du scheiße wo müssen wir hin ich habe keine ahnung ich auch nicht ich bin fast da ansprach wo jenny ist ich bin fast da an der wo jenny ist ich bin fast da an der wo Jenny ist ich bin fast da an der wochen nicht aber hier kein problem da sind boomer sogar das teamwork heute und tsch 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 anyways wenn du die nächste witch übrigens am heulen passt auf bei einem platzen da wollte ich versuch schießen ich habe noch 21 schuss ich habe eine idee ich habe noch eine raube aber was hast du ja ja ich habe da werfen wirft es mal zu ihr naja warte geht ihr doch nicht hin sehr gut ich habe genau null schuss ich bin da nicht gehaushalt hat ich möchte gleich noch was am kopf ja ich bin jetzt ja ob ich danke schön bitteschön wo ist die witch die nächste achte hinter uns hat mich angesprochen vielleicht mal Jenny helfen vielleicht mal Jenny lang halten ich kann noch aber ich hab auch nicht mehr viel lass mal, behalten mal ob ihr wirklich noch haushaltet hier steht die hier steht die ich hab noch eins wo ist dieses bombding da, ich hab's wir bellern die aus dem Leben let's go oben ist ein smoker ich treff dieses Ding nicht aber ich knife die ich glaub es geht oben kann ich schon mal sagen läuft ein smoker rum chuppi pass mal auf danke damit ich mich mal ganz kurz hochheilen ja ich seh nix hier man sieht nen scheiß kein problem vielen dank für die blumen vielen dank wie lieb von dir komm herr charger junge ich neif dich weg man warte hier oben ja geil Thomas 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 ja so ich hab noch neun hp also reicht hier ist ne helftit oh schön dann nimm gleich geil nehm ich mal weg ja komm her gut dass du mich heilst ja ich hab dich jetzt einfach nicht geschossen Doktor hier guck mal machen sie sich bereits ich bin ich auch bereit wie du dich unter rauf drückt ja wir haben hier nichts kann hier nicht irgendwo ne Waffe sein nja bisschen Muni wär auch ganz geil die kommen hier hinten ne die kommen hier nicht drauf wenn wir ne heilchen ich hau hier auch noch wo hinten und hinter uns hinter uns hinter uns ah ich schneid die weg hier mach mal Char-char-char-char-char-char-char-char-char-char-char-char-char-char-char-char-char ich bin sohn ich kann dir die ne ich bin sohn Thomas du hast mich aus deinem Leben gesagt du bist wie mein Weg geflogen muss ich sagen naja ich werd immer noch auf den Boden gehauen das schaffst du schon überleben bisschen Thomas kein Problem gleich ja jetzt wirst du wie ich zu dir komme ich probier dich raus hat sich erledigt wir müssen den Aufzug nehmen hier Jenny der Aufzug ist da ich bin runter gerannt das war nicht das erste mal dass ich auf diese Art gecharged werde schön dass ich mit geflogen bin war echt schön ich wollte ihn retten ich lieg ja neben dir quasi hab ich gar nicht gesehen nur auf meinem Kanal ja ja nur auf meinem Kanal wie ich geflogen bin ja ja Thomas Thomas hab ich dir schon aufgegeben oder weg ich konnte ihn auch nicht holen ich hab irgendwie Angst mach mal besser das Licht aus ich hab kein Licht da liegt die Leiche ja Mensch guck mal da bin ich aber weiter als du guck mal da bin ich aber weiter als du guck mal da ich lieg ein Stück weiter als du jubi 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 komm zurück nur auf meinem Kanal genau ich komm ich komm ich komm ich komm da rein mach die Tür zu da ist keine Tür da ist keine Tür hier oben hier oben hier oben hier oben im Regal ich heil mich ich heil mich ok meine Damen und Herren sie sehen hier Chupacabra und Leonie Sue ja wir würden ja gerne euch wieder beleben aber doch passt auf an dem Feld da ist alles voll jubi schleichen tschau 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 oh geil ich seh nix ich geh nur zurück jubi einfach weg tschau 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 Hilfe Hilfe Jenny krabbelt durchs Maisfeld Jenny hat Angst das sieht professionell aus was hier passiert komm Jenny das gehen das gehen Jenny auf wie leise das Spiel aber ist wenn man zuguckt ne ja alles ganz leise tatsächlich ja ja ist keine Muni drin da ist ne Witcher da hat sich einer angekotzt ich kann nicht ihr hat einer gekotzt ich will nicht in die Witch rennen ich 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 renne ich seh nichts ich bin bei der Tankstelle das ist schön du siehst so wo Chupiers ja zum Glück Jenny schleicht durchs Maisfeld Chupacabra ist an der Tankstelle äh ja er hat den falschen Weg genommen Jenny hat den falschen Weg gewählt steht ein bisschen Jockey er ist ein Jockey lass mich hier durch bitte nein 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 Chupier wird angesprungen jetzt muss Jenny sich natürlich beeilen aber Jenny sprintet durchs Maisfeld und da sieht sie den Jockey und sie schießt drauf da ist ne Witch Vorsicht du schießt auf die Witch Jenny ja ich hab's gemerkt gut dass du nicht getroffen hast ey gut dass du nicht getroffen hast er hat's nicht gemerkt das ist ne Hunter Vorsicht ich hab nur noch ne Pistole Jenny also ein paar Stellen haben wir den Schutzraum rein 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 ja 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 hier ja geil Zombie komm mit hier 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 Smoker davor geh wieder rein darf ich erstmal kurz wo ist denn die Tür wo ist denn die Tür vorne wieder rein vorne hinter dir ja da ja da da und dann um die Tür rechts um die Ecke ach da da ist sie da ist sie da ist sie da ist sie Puh haben wir gut gemacht haben wir gut gemacht Mary haben wir gut gemacht Mary ja auf jeden Fall mein Abgang war sehr spektakulär auf jeden Fall ich meine auch hat Chupi 2500 damage an den Witches mhm die Witches ja Chupi hat immer seine Witches am Start ey Tank schlechter klaro so große Ziele treffe ich auch ne ich scheinbar nicht oh hey ich bin wieder 100% fit das ist shit ja tja mit dem Benzin im Rücken ja tja wieder ab zum Boot ja ganzen Weg zurück echt jetzt hm Fuß ähm ich weiß nicht wir sind bei 17 Minuten machen wir ne kurze machen wir ne kurze Folge oder wir sind gleich bei 18 Minuten da würd ich sagen kannst du das mitnehmen Chupi kannst du das mitnehmen Chupi zu einer mit könntest du dich nochmal achso du kannst nochmal aufheilen ja dann heil ich mich achso Chupi hält mich oh Gott heil ich mich kann man sich gleichzeitig heilen weiß ich nicht ist gefährlich äh take what you need leave some for the rest of us nein wir haben was fast gemacht ja ja wir haben was übrig gelassen kein Problem kein Problem so was denn nun kurze Folge lange Folge was machen wir wir sind gleich bei 18 Minuten da würd ich sagen ja dann also na dann machen wir ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder da ja bis gleich ciao